Wie schaut's aus? So schaut's aus. Geht? Ein Klapperdi Erste. Hallo und herzlich willkommen zum Zimmerduell von Bling Bling und Blackjack. Hi. So, die erste Frage lautet, wer ist stärker mit seinem schwachen Fuß? Hey. Hat sie auch? Ja, ja. Ja, du hast... Da macht er ja immer dieses Apploty, ey. Ich bin schon besser eigentlich. Aber okay. So, wer braucht länger im Bad? Okay, das ist unflott. Wer ist die Unordentlichere? Boah. Oh, das ist schwierig. Ist das der Klasse? Wer rannt die ganze Zeit auf? Aber so fuhrt auf wie mit seinem Schlapfen. Nächste Frage lautet, wer hat die witzigere Lache? Wer schläft länger morgens? Da seid ihr euch nicht einig. Ja. Also, du hast dich immer beschwert, dass ich so lange schläft. Ja. Also schläft länger. Wer schaut mehr Netflix? Das haben wir uns einig, oder? Ja. Wer von euch beiden würde eher alleine auf der... auf einer Insel überleben? Ja, seid ihr euch auch einig. Wer würde eher ohne Musik auskommen? Wer von euch beiden würde ein Leben lang ohne Süßigkeiten auskommen? Also... Auskommen. Auskommen. Yvonne, was sagst du? Die letzte Frage lautet, wer von euch beiden würde eher eine Schönheits-OP machen? Ja. Ja. Wow! Der schwarz anhat und der andere weiß. Und ich hab's nicht gedacht. Hallo, ist okay jetzt? Jikira? 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 Jikira, Jikira. Jikira! Jikira, Jikira! Du bist so scheiße. Oh, das ist so schade.